Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen, wie auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Rutsche um Loot. Das Ganze hat wieder Kaya für uns geändert. Er hat alle Kisten nochmal neu gemacht, weil gestern, gestern, letztes Mal hatten wir extrem viele Kisten aufgemacht und haben uns richtig krass gefetzt. Checkt die Folge auch unbedingt ab, Freunde. Und auch mein Zweitkanal. Jungs, seid ihr bereit? Checkt mich auch ab. Ich bin bereit. Und dann checkt mich nicht ab. Wollen wir uns gegenseitig abchecken? Wir checken uns ab, okay. Okay, ich gucke dich von Füßen an bis zu deinem Kopf und du bist immer hässlich. Boah, Digga, dein Outfit ist auf jeden Fall 3 Euro wert, du Fettsack. Ey, Brax, hast du es gesehen? Guck mal, er schummelt. Er war ja bei 20 Leben weniger. Merk dir das für den Endfight, wenn wir beide gegen ihn gehen, okay? Okay, ich mag das. Okay, Brax, du fängst an. Du weißt, die Regel ist, einmal springen. Okay, er hat einmal gesprungen und... Schillig. Ja, Digga, bei dir geht rückwärts einfach. Warte, er rutscht noch, er rutscht noch, er rutscht noch. Das ist alles Taktik. Hä? Hä, er hat gesehen, wer sich bewegt hat, der Ehrennose. Hab ich nicht? Doch, doch, doch. Okay, ich bin... Okay, Odomann, wir dürfen jetzt entscheiden, links oder rechts. Ja, nehmen wir das linke, oder? Nehmen wir das linke, weil rechts ist ja gar keins, merke ich gerade. Ja, bist du. Okay. Odomann, tu es. Ich schau dir zu. Ich tu es. Tu es. Ich mach das jetzt, was er gemacht hat, nur im Besser. Ja, okay. Du hast Albaner zwischendurch vergessen, hä? Hä? Er ist zweimal gesprungen! Er ist zweimal gesprungen! Nein, am Start zählt nicht, du Affe! Das... Ah, warum nicht, hä? Natürlich zählt das. Speed up, Aldi. Ja, aber da bist du ja schneller, also musst du deinen... Du hast ja deinen Sprung dann zweimal gemacht. Guck mal, muck nicht, okay? Ich bin bei diesem Asiaten raus. Er ist zweimal gesprungen. Ja, guck mal, wir schummen jetzt auch, Brax. Wir schummen jetzt auch. Eins, zwei, genau so ist er gesprungen. Und, und? Oh mein Gott! Äh, wie auch willst du springen, Junge? Äh, das ist wegen dieser Raupe immer noch, Digga. Das hatten wir das letzte Mal auch schon. Okay. Ich hab das hintere Haus. Brax hat das ganz vorne. Dann würde ich sagen, fangen wir bei Main einmal an. Ich hab schon wieder... Tanzt nicht, Jungs. Ach, Digga. Wir sind aber auch so Idioten, die sich das nie merken, ne? Ist so. Ganz hinten das Haus, Brax. Du hast es nicht gefunden, sei ehrlich. Okay. Hier, direkt. Ja, ich wache auf. Oh. Mach das nicht. Entschuldige dich. Mach das nicht. Entschuldige dich. Wofür? Dass du so gut aussiehst. Ah, Mann. Sorry, dass ich so ein schöner Mensch bin. Ich bin's kotzen gleich. Ich kann die Wappe nicht droppen. Es geht nicht. Ey, nicht dein Ernst, Digga. Ich schwöre, es geht nicht. Wir haben das ausgemacht, glaube ich, weil ich hab das falsch ausgemacht. Ja, dann muss ich mir jetzt ein neuer öffnen und du darfst sie nicht benutzen. Obwohl, warte, warte, warte. Ich hab eine Idee. Du musst ja auch öffnen. Ja. Und dann kannst du sie ja miteinander austauschen. Ja, genau. Ja, lass es doch nicht darüber. Kommt doch mal zu mir. Nein, nein, er ist der Urmann. Er ist der Urmann. Okay, jetzt seid ihr bereit. Nein, die Baktarie auch nicht. Genau die an den Baum. Geh weg! Hör auf, man kann nicht droppen. Okay, okay, ich kann nicht droppen. Hör auf. Oh, ich krieg die nicht aus, Digga. Rex, du musst dich aufheben für uns. Mit deinem Auto-Loot. Guck, ey. Was man findet da vom Verhalten, Digga. Junge, ey. Warte mal, er hat ja auch eine Waffe vor mir. Toll, was krieg ich jetzt? Ja, das können wir doch gleich tauschen. Entspann dich, Odo, Mann. Du kriegst schon dein Dings. Ja, wie so ein dickes Kerl, was keine Dings bekommt. Keine Süßigkeiten, Digga. So, Digga, ich will Schokolade. Kommt nicht, ich will diese Kiste hier. So, also wähl bitte die Waffe aus, bevor du dann Dings. Ja, dann kannst du umtauschen. Warte mal, geht das überhaupt? Das geht in sein Inventar, ne? Ja, ich nehme die safe nicht, Digga. Wir müssen dann warten, bis du volles Inventar hast, damit du austauschen kannst. Nee, ich nehme safe die Pistole nicht, Digga. Er kann nicht. Kann er auch nicht dann? Nein, kann er nicht. Doch, kann ich. Nein. Warte mal. Okay, wenn das jetzt echt nicht geht, haben wir ein Problem, ne? Weil er hat alle unsere Waffen einfach. Ja, alles. Also, ich habe kein Problem. Ja, aber du hast dann auch, wenn dein Inventar voll ist, hast du halt auch Pech gehabt einfach. Also, ich würde noch nicht lachen, Digga. Ist so. Warte mal, wenn er das nicht austauschen kann, Odo, dann können wir seine Waffen aufheben, wenn er voll ist. Stimmt. Von mir aus, Digga, egal. Okay, dann machen wir neue Regel. Man darf nur die fünf Waffen nehmen, weil man kann eh keine anderen nehmen. Jungs, wir spielen dieses Minigame hier. Wie war das nochmal? Wir müssen zuerst eine Zahl eingeben, ne? Wir müssen zuerst eine Zahl eingeben, ja. Okay. Ich nehme die vier. Ich nehme die fünf. Es kann sein, dass du auch verwackt bist, ja. Das hat Teller gebaut. Da ist immer ab und zu Krise. Okay, Brax, geht's dir gut? Willst du? Wir drücken jetzt hier gleich drauf und dann kommt eine Zahl, ne? Zehn. Zehn. Ich habe gewonnen. Zehn ist näher, Alter. Sechs. Was klar hast du? Odo, wir haben gewonnen. Das heißt, er kriegt zwei Kisten beim nächsten Rutschen. Oh, yeah. Okay, also machen wir das so, dass hier springen sozusagen erlaubt ist, ne? Ja, oder? Dann machen wir zweimal springen sozusagen. Ja, okay. Also, nur hier oben. Ja, aber wenn du hier runterspringst, hast du ja mehr Speed und deswegen kommst du auch weiter. Also, es ist vom Ding her schon ein Sprung. Egal, machen wir zwei jetzt. Okay. Okay. Odo, Mann, fang an. Deine Hose ist nass mit Ananas. Oh, hat er nicht gesagt. Nein. Ah, okay. Das Haus wollte ich. Das Haus wollte ich. Gut. Okay, okay. Ich mache weiter. Brax ist weiter. Und hier rüber. Und jetzt? Ah, ich glaube, ich komme auch zu dem Haus. Geweck, Junge. Ja, safe, 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 safe. Ach, ich habe getanzt. Du tanzt schon wieder, Digga. Also, willst du irgendwann mal dazulernen, bitte? Odo, Mann. Komm her. Okay, Brax. Darf ich ein Pferd benutzen? Nein. Nein. Ja, Jungs, ich darf so das System ein bisschen dribbeln, Mann. Ey, ich habe schon wieder, Ach, Digga. Ich glaube... Alles gut, Odo, Mann. Ich habe einen Schwarz im Hirn. Der springt 20 Mal. Nein, bin ich nicht. Junge, der springt 800 Mal, Digga. Ich schwöre, ich bin nicht gesprungen. Okay, wir gehen zuerst in dein Haus. Lass mal bitte die Waffe erst mal liegen und ich gucke mal, ob ich eine davon haben will. Nein, warte mal, vielleicht kann ich jetzt switchen. Aber vielleicht will ich die auch haben, André. Tschö mal. Ja, okay. Wir gucken. Wir gucken. Aber ich hebe sie nicht so random auf. Oh. Wenn wir sie nicht haben wollen, musst du sie nehmen. Aber sie ist stark. Warte, warte. Wir haben einfach drei Waffen. Ich will sie haben. Na, okay. Dann ist dein Schwert jetzt ausgetauscht. Meine AK noch nicht. Aber ich kriege trotzdem zwei Waffen jetzt. Du kriegst jetzt zwei Kisten. Ja, das stimmt. Oh, yeah. Also kriegt der drei. Ja, weil du ja eine geklaut hast. Du hast ja schon eine von mir geklaut. Die hast du ja nicht geklaut. Die hast du ja rausgenommen. Unfreiwillig. Ja, aber willst du lieber diesen Haken anstatt das OP-Schwert, was halt one-shottet und irgendwie dich noch dabei heilt? Ich hätte gegen Pistole getauscht. Ja, Digga. Du hast keine Wahl. Er macht sich seine eigenen Albaner-Regeln, Digga. Vor allem, die Pistole war wirklich seine Waffe. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Die hätte er dann getauscht, Digga. Okay, André. Okay. Du eine, ich eine, du eine. Okay, ich öffne diese. Mhm. Okay, bitte. Arme. Was macht denn, Digga? Ich will das nicht. Ich lasse das liegen, Digga. Das bringt mir gar nichts. Okay, mach noch eine. Wenn du jetzt noch eine mythische bekommst, dann, äh, vorbei, Digga. Dann ist vorbei, vorbei. Mit der Dose. Mit der Dose. Rama, Rama. Nach labernicht, Digga. Okay, Odomann ist ein schwerer Gegner. Nicht nur in echt, sondern auch in dem Spiel jetzt. Okay. So. Nochmal das Game, oder was? Komm. Wir haben nur das. Aber wir müssen uns jetzt die Zahlen sagen. Deswegen. Wir müssen die Zahlen jetzt sagen. Okay, ich sag sechs. Ich ging acht. Okay, dann nimm ich nochmal vier. Eins. Ich war am nächsten dran. Okay, zwei Gisten für mich. Ich fange an. Zwei Gistus. Warte, ich versuche mal. Weil hier ist es, glaube ich, wild. Okay. Und dann hier rüber. Wir sehen einen fliegenden Flamongo. Ah, ich wollte mich ducken. Ah, ich lande bei dem hier. Aber hier sind, glaube ich, gute Waffen. Okay. Oder Breaks. Oder ihr könnt beide zusammen. Ist egal. Kaum gleichzeitig, wenn du ein Mann bist. Kaum gleichzeitig, wenn du ein Mann bist. Oh. Okay, Breaks ist moved einfach. Er hat die Regeln komplett nicht verstanden. Geil. Hä? Odomann hält sich wenigstens an die Regeln. Und. Ich gehe zu dem Haus hier. Immer nochmal. Wir haben einen Hacker, Schummler, alles gleichzeitig im Team. Wir machen Wiederholungen. Okay, hier, guck hier. Okay, komm. Er hat den gemacht, Odomann. So. Ja, okay, Digga. Tamam. Besser. Ja, besser. Guck mal, wo du landest, wenn du nicht schummelst, Digga. Auf zu meinem Haus, Junge. Guck mal, ich sag dir, er hat... Ich weiß nicht, er schummelt. Meine Eisbeine. Er schummelt. Okay, hier mussten wir alle Kisten austauschen, weil letztes Mal haben wir das ganze Haus leer geräumt, Digga. Harry Potter sagt, hier ist was Gruseliges drin. Was Gruseliges? Ja. Guck. Gruselig. Oh, Müll einfach. Obwohl, die ist eigentlich gut. Warte mal, ich habe das Haus auch, oder? Nee, welches war ich jetzt nochmal? Nee, du hast hier hinten. Ah, ich hatte dieses Dojo. Okay. Dann gehen wir da zuerst rein. Warte mal. Hat die Sound? Ah, ja, hat die. Hat die Sound? Hat die Sound? Hat die Land? Ja, okay, nehme ich mit. 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 Das ist aber ein bisschen scheiße, weil du hast jetzt zwei Warten. Ich kriege sowieso noch eine Waffe von dir, Brax. Ja, das ist ein bisschen kacke, aber die ist aber besser als Gruseliges. Was, ihr kriegt Waffen von mir? Geht mal weg. Doch, ich kriege noch eine von dir. Du hast meine AK geklaut, Digga. Was mache ich noch? Die habe ich noch geklaut, hä? Du hast von allen geklaut. Ist so. Bei Orba hast du nicht geklaut, aber du hast eine bessere Waffe bekommen, als er bekommen hat, deswegen passt. Ist so. Hier. Nee, 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 nee. Du musst. Nimm es ja nicht. Nein, muss ich nicht. Digga, das ist die Strafe, weil du schubelst, Digga. Du kannst es doch nicht aussuchen. Ich habe eine Pisskunde bekommen. Ja, okay, ich sag, fetz dich damit. Mir egal. Jetzt kriege ich gleich eine gute und dann musst du sie nehmen, oder wie? Ich kann es nur einfach ihr Affen. Nee, achso, man muss einfach tanzen. Stimmt, Odo, du bist ja Profi da drin, hä? Okay. Noch ein Mini-Game, oder weiter ohne? Neun. Okay, Brax, will mit. Was ist mit dir, Odo, Mann? Ich sage 13. 13? Ja. Boah, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich würde einfach mal die 6 nehmen. Egal, ist doch unglaublich. Ja, aber ihr nehmt auch so hohe Zahlen, Digga. Gar keinen Sinn. Wie ist diese hohe Zahlen, Diggi? Ja, komm, 14. Hast du gesehen? Ja, das wäre doch nicht so schlecht gewesen. Okay. Das heißt, ich kriege nochmal zwei Kisten. Deswegen möchte ich nicht links, sondern eher... Boah, wenn ich Mitte durch hustlen könnte, wer wild. Ja. Okay, okay, okay. Oh, no. Oder? Fast. Ja, das Dojo, ne? Das ist das Dojo, glaube ich. Wo bin ich näher dran? Weil ich belebe mich gerade nicht. Warte, ich kann einfach markieren. Mal, hier fängt es sozusagen an. Das sind 4 Meter. Ja, ja, das ist 12 Meter. Ja, das Dojo. Weil hier ist ja schon sozusagen der Anfang, weil hier kann man ja gar nicht mehr hoch. Ja, ja, safe. Deswegen. Okay. Rexis, tu es. Ohne Schummeln aber. Ohne Schummeln, durch die Mitte. Durch die Mitte. Durch die Schnitte. Einsprung! Okay, okay, okay. Oh, das hat eine andere Wendung genommen, als man dachte. Ich sag dir ehrlich. Das stimmt. Das könnte vielleicht noch das Krüppelhaus sein da. Ja. Ja, Mann. Okay. Okay. Ohne Mann, tu es. Puste, puste. Du bist gar nicht gesprungen. Du lügner, Digga. Das geht wirklich. Das geht nicht. Aber nur manchmal irgendwie. Doch, doch, das geht. Okay, du hast auch das Krüppelhaus. Du lügner, Digga. Man muss irgendwie hier so gegenkommen, dann kann man so rüber. Das ist wirklich so. Ich weiß auch, ich habe ihn auch nicht geglaubt. Hier glaube ich. Ja. Ja, hier hinten aber nur. Hier so rüber. Ich dachte auch, er schummelt, aber das sieht halt wirklich aus, als würde man springen. Okay, Braxis. Show me. Aha, aha. Oh. Müll einfach, weil er hat das schon. Ah, nee, hat er nicht. Ich habe das. Ja. Komm hoch, Bruder. Komm hoch. Das stimmt. Du hast hier ja auch. Guck mal. Oh. Links oder rechts? Rechts. Links. Nimm links Vertrug. Immer links Meter. Das ist mythische Waffe, 1000%. Links Meter. Ja, okay. Starke Waffe. Da kann man echt nichts gegen sagen. Die Waffe wird auf jeden Fall Probleme verursachen. Okay. Wir gehen ins Dojo. Dojo. Sagt man nicht Dojo oder Dojo? Dojo. Dojo. Ich glaube, Jo-Do-Do, ne? Ja, genau. Okay, ich öffne. Ich habe zwei. Jo-Do-Do-No. Jo-Do-No. 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 Gewonnen. Ich habe gewonnen. Ja, hat echt gewonnen. Ich habe zwei Kisten. Ich habe zwei Kisten. Ach so. Stimmt. Oh, noch eine Pumpgun. Jo, was willst du von mir? Warum habe ich die aufgenommen, ich voll Idiot? Ich habe jetzt Full Space. Jetzt kann man gleich gucken, ob man tauschen kann. Geht's dir gut, ey? Ich bin die ganze Zeit angegriffen. Aber warum bist du so aggressiv? Ich schwöre, warum bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Ich bin nicht aggressiv! Ohne Mann, die Waffe darfst du einmal benutzen. Oh, man kann nicht austauschen. Jungs, ich habe Full Space Inventar. Tja, jetzt habt ihr ein Problem. Warum? Jetzt werde ich sie einfach aufheben. Ja, dann hast du aber auch keinen Platz. Ich kann das nicht aufheben. Ich habe auch keinen Platz mehr. Also ich bin voll. Hast du jetzt einen Fisch aufgesammelt? Was ist jetzt damit, hä? Das sind keinen mehr. Okay, Freunde, wir haben das Ganze nochmal neu gestartet, damit wir nicht die Müllwaffen haben. Weil man kann sie nicht mehr wegwerfen. Und ich war schon Full Inventar. Meine Waffen haben mir aber nicht gefallen. Deswegen, Jungs, machen wir jetzt weiter. Und wir haben uns die Regel überlegt. Wenn er zum Beispiel, oh, man hat jetzt schon vier Waffen, die ihm gefallen. Wenn er jetzt eine Waffe gar nicht aufheben will, kann ich mit Brax irgendwie drum kämpfen oder drum würfeln. Und dann kriege ich die Waffe im Fight oder eher. Boah, eins gegen eins um die Waffe dann. Wäre da beide gar. Aber sieht schlecht für mich aus. Aber eine Frage. Ja? Können wir eine Männerrunde machen. Der Letzte, der nicht am weitesten jetzt springt, muss einen Slot abgeben. Der nicht am weitesten springt. Also wer am weitesten kommt, geht es jetzt darum. Nee, also der, der nicht am weitesten ist, der muss eine Waffe abgeben. Aber das geht ja nicht mehr. Ja doch, wir können ja sliden. Wer am weitesten bis zum goldenen Haus kommt, gewinnt sozusagen und muss einen Slot abgeben. Und der, der am wenigsten, muss einen Slot abgeben. Wenn ihr Eier habt, kommt. Ja, okay, ich bin dabei. Aber ich fange an, ich fange an. Okay. Okay. Ich habe schon den Weg, ich sage euch ehrlich. Mal gespannt und... Oh mein Gott. Das war's. Oh mein Gott. Odoman, jetzt musst du ein bisschen weiterkommen. Warte, warte. Ich rutsche noch. Okay, ich bin genau hier am Haus, äh, Dings. Oder wie du bist. Ohne bewegen, Odoman. Oh mein Gott. Er ist durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha, woher hin ist, Digga. Macht's gut, Jungs. Okay, okay. Braxis. Er macht einfach nach, Digga. Ehrenlos. Er macht einfach nach, Digga. So ehrenlos. Ich habe gewonnen. Ich bin der männlichste unter uns, Jungs. Ja, aber ich muss eh abgeben. So normal ist wirklich weiter als... Oha, krass. Aber ich muss abgeben. Okay, das heißt, ich habe jetzt einen Slot weniger und kann jetzt nur noch zwei Waffen aufheben, sozusagen. Alles cool. Aber du würdest nicht schon bei dem Haus, weil wir sind doch jetzt schon gerutscht. Achso, stimmt. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Das ist cool. Nein, ihr müsst ja beim Golden House looten. Das ist doch eh gut. Okay. Okay, man kann nicht sprinten. Wenn man Emote macht, dann könnte man das damit abbrechen. Aber damit teleportiere ich mich wieder weg und wäre dann wieder am Anfang. Und dann wäre ich in diesem Oduman-Loop, wo er drinne war die ganze Zeit. Da wollen wir nicht hin. Warte mal, wer auch Emote gemacht hat. Okay, ich öffne, weil das dauert eh noch, bis hier kommt. Das hast du schon geöffnet. Äh, ach ja, stimmt. Oh, stimmt. Die Kisten sind ja jetzt wieder zu, Digga. Nein, ich habe mir das nicht gemerkt. Ja, okay. Ist schon gut. Maffe, kann man machen. Okay. Okay, Jungs. Oh, du meinst zuerst, dass er zuerst öffnet? Ich nehme Mr. Krabs, Digga. Ich nehme Mr. Krabs. Okay, Mr. Krabs. Money, money, money. Oh no, so eine gute Waffe. Ich könnte sie ja für dich nehmen. Ja, warte, warte. Du könntest ja, du kannst ja deine aufmachen und Oduman kann ja dann entscheiden. Okay, mach mal. Was soll er denn entscheiden? Entweder beide dürfen aufnehmen oder keiner. Okay. Wieso darf aber Oduman entscheiden, ob ich meine Waffe aufheben will? Das macht doch gar keinen Sinn. Mach jetzt. Mach jetzt einfach. Ich hebe, nein. Halt am Aul, mach. Vielleicht gefällt ihm die ja und die andere gefällt dir mehr. Guck mal, wie er jetzt recht. Ich schwöre aus euch, ich habe sie nicht aufgehoben. Ich habe sie nicht aufgehoben. Ich würde doch die Goldene haben wollen. Hast du. Warte, André. Ich mache mir kurz die Einstellung an. Mach dir die Einstellung an. Ich schwöre, ich habe sie nicht aufgenommen, Jungs. Komm, Brax. Wir rutschen schon mal und überwachen da irgendeine Einstellung. Ey, ihr wollt mich doch... Du hast doch die Waffe jetzt. Das ist doch eh deine gewesen. Sei doch glücklich. Ja, aber ich habe sie nicht extra aufgehoben. Die kam auf mich. Achso, weil er hat ja dieses Autosammeln auf. Stimmt. Dafür kann ich doch nichts. Wie kam die auf die? Wie kam die? Wie kam die? So. Junge, das hat sich an, als wäre es zu sterben dabei. So verschnuppen mäßig. Okay, ich fange schon mal an. Ich will eigentlich gerne in das linke Haus hier vorne. Warte, das ist ja easy peasy. Mache ich hier den und mache es so. Batz. Ich weiß nicht, wo das geht. Ich brauche die nicht. Ja, deswegen habe ich schon mal angefangen, weil ich wusste, dass du nicht weißt, wo es ist. Weil ich habe es auch nie gefunden. Aber gut, André, wo du bist. Ich bin bei dem blauen Haus hier. Okay. Da wollte ich eigentlich auch hin. Ich mache als nächstes. Mach es. Okay, stark. Oh, macht er mir nach einfach. Ist schon eine Ehrenlust. Ich wollte tatsächlich nicht zu deinem Haus, aber da bin ich jetzt leider gelandet. Okay, Brax. Ich brauche noch eine gute AR oder MP-Ideer, sonst habe ich ein Problem. Bei dem Haus wird es schwierig, weil da haben wir so viele Kisten schon aufgemacht. Müssen wir halt reingehen. Aber wir wissen ja, welche Waffen es waren. Okay, Brax, dann fang du mal an. Es geht aber weiter. Ja, aber bist du halt trotzdem. Hey, du Otto, Digga. Okay, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist diese Kiste hier. Okay. Die hatten wir bestimmt schon, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal auch, weil die so groß ist, ne? Nee, hatten wir nicht. Oh, du musst aufpassen. Ich gebe dir einen Tipp. Du hast nur einen Schuss mit der Waffe. Sag doch nicht, Digga. Ja, ich bin halt nett. Guck mal, was der Wurzeltmann-Faner ist. Lüg mal nicht. Ganz kurz, ganz kurz. Ist das Video, wo du Brax ist ein Leben? Vermiesst das? Nee, das kommt noch. Er hat einen Schuss. Er hat jetzt keinen Schuss mehr. Gut, Brax ist gut. Warte mal. Nein, nein, nein. Das zählt aber nicht ab jetzt. Mach den hier auf. Ey, du hast doch die Waffe nicht mehr. Also was für nichts zählt. Ich gehe weg. Oh mein Gott. Okay, dann nehme ich jetzt die hier. Okay. Oh, das hast du nicht. Geil. Will ich nicht. Okay, Jungs, seid ihr relativ zufrieden? Ich bin relativ zufrieden. Meine Slots sind voll und ich bin okay. Aber bei dir ist ein Slot weniger, ne? Ja, deswegen habe ich, ich habe ja vier Waffen nur. Ach so, okay, okay. Bei mir ist ein Slot weniger. Wir können uns schon verteilen. Warum ist bei dir ein Slot weniger? Weil ich gerade den Schuss weggeballert habe aus Versehen. Ach so, stimmt. Okay. Denk dran, ich habe Autosniper, ja? Ich bin ein ekliger Mensch. Denk dran. Wir machen fünf Leben, Jungs. Okay. Wir machen anders. Wir machen anders. Ich habe dazugelernt. Wie machen wir, André? Fünf Kills. Das ist gut. Weil ich immer auf Fresse kriege mit meinem Leben, aber ich verteile auch gut. Für mich ist Vorteil. Ja, für mich auch. Weil ich kriege immer auf die Fresse und mache keine Kills. Die Frage ist, wo seid ihr, Kleinen? Aha, da ist schon einer. Aha. Nein. Nein! Respektiere ich deinen Try. Respektabel. Ich lasse den Fisch sogar liegen. Ich mache den Ehren voll. Und ich komme von hinten. Digger, und er kommt wieder von derselben Seite. Okay, alles cool. Alles cool, Lodoman. Und ich mache den Fisch. Brexit tot. Zwei Kills schon, Jungs, sage ich euch ehrlich. André, mach lieber mehr Kills. Nein, spann dich. Ich muss ja erst mal mich kurz retten vor Braxis. Braxis. Versteck dich mal. Versteck dich mal. Ich muss eh hier weg. Ich bin versteckt. Keine Sorge. Ich höre komische Sachen mit Schwertern. Ja, wir haben gerade männlichen Nahkampf-Fight. Boah, da muss ich aber reinkommen und einmal kurz abbrechen. Und euch. Was? Das ist... Ich habe ein mythisches, Alter. Das geht doch nicht. Aber Odom hat drei. Ich habe drei. Okay. Es läuft, es läuft. Wo direkt schießt er? Odom macht das auch immer. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Das habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht. André. Wir haben einen Goldfischen im Bro. Ich habe hier eins gelernt. Gibt es keine Freunde hier. Nein. Der erstaubt ihn ab. Ich gehe noch, André. Okay, ich mache vorsichtig jetzt. No. Zwei Kills noch, André. I kill noch, André. Du wirst das sein. Brax, du musst hier abstauben, komm. Hier, hier, hier. Okay, gut, gut, gut. Ich bin voll live. Ich bin... Brax hat drei Kills jetzt, ne? Brax hat aber gut auf Fresse gekriegt, gerade von mir. Nein. Doch. Brax ist nein. Er hat mich. Es ist unglaublich, Digga. Okay, kann man nichts machen. Ja, ihr gebt mir auch immer so Müllwaffen. Hä, wir geben dir Müllwaffen? Wie viel Leben habe ich jetzt? Gar nichts. Du hast verloren. Oh, du hast mal fünf Kills gemacht. Freunde, lass gerne Like und Abo da. Wen ist Leben heute mal nicht? Vielleicht morgen wieder. Wir sehen uns dann. Ciao.